hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen video wo ich auf die export funktionen sprich die kriterien wie der export funktioniert für abwicklungen als dxf eingehen wenn ihnen solche videos helfen und gefallen dann würde ich sie bitten wenn sie meinen kanal ein abo da lassen spricht diesem video oder auch den kanal gerne abonnieren was natürlich kostenlos ist in diesem fall wenn ich hier zum thema alle bleche exportieren möchte dann habe ich ja hier die möglichkeit meine einstellungen zu definieren nach welchen kriterien sollen als beispiel meine bliche als dxf exportiert werden man muss hier jedoch wissen dass diese funktion vorher auf diese funktion der blick abwicklung zugreift insgesamt im besonderen geht es hier um diese auswahl kriterien also diese prioritäten die erste und höchste priorität ist das richtung symbol danach kommt die beschichtete seite anschließend die sichtseite wenn sie angehakt ist und danach die anzahl der pulverlinien und signierungen hier könnte ich noch eingeben ob die oberseite gespiegelt werden soll oder nicht jedoch für mich ist es wichtig dass ich hier diese vier optionen einmal grundsätzlich verstehe diese optionen sind jedoch nicht für die werkstätten zeichnung wichtig sondern für die dxf der abwicklungen sprich wie kann ich diese optionen jetzt setzen das heißt wenn ich hier an diesen edelstallblech eine sogenannte bearbeitungsrichtung definiere dann kann ich hier mit der mittels der x-achse die richtung definieren das heißt wenn ich hier die x-achse in diese richtung zeige kann ich anschließend ein symbol auswählen welches ich auf dem blech platzieren kann und jetzt ist es danach so dass hier entlang dieser richtung dass die xf ausgegeben wird und natürlich auch dies ist dann die schöne seite wie auch in den er vorigen dialog gesehen ist der nächste schritt die beschichtung in diesem fall möchte ich hier dieses blech beschichten und damit könnte ich auch hier zum beispiel die richtung umdrehen aber hier in diesem fall wäre dass diese seite die obere seite und im dialog war danach eingestellt dass hier die falschen dialog in diesem dialog natürlich dass die längste kannte die x richtung ist das heißt sprich es würde mir hier auch so ausgegeben werden die dritte funktion die ich hier habe ist im prinzip die sichtseite das heißt ich kann hier ein blech angeben und man sieht dass hier in diesem fall diese symbole angegeben werden je nachdem welches teil ich im icn angeklickt habe sehe ich die symbole das auge steht für die sichtseite wenn ich das nach unten drehe da sehe ich hier dieses x das heißt dies wäre die schlechte seite und dies sollte man unbedingt beachten wenn man mehr mit blechen zu tun hat da dies natürlich einen großen effekt haben kann auf die dxf